Sie haben in den letzten Wochen weit mehr Verständnis für mich gezeigt als mein Vater. Und ich möchte Ihnen dafür danken. Und für alles, was Sie für mich getan haben. Gern geschehen. Oliver hat dir bestimmt von meinem Pech in der Liebe erzählt. Und du meinst, Charlie fühlt sich berufen, dich jetzt zu trösten? Bestimmt. Ich muss jetzt auch direkt los. Ja, ich will dich auch gar nicht aufhalten. Vielleicht können wir morgen was machen. Ja. Das heißt, ich weiß noch nicht genau. Ich ruf dich an, okay? Ich kann so nicht fahren. Wie bitte? Felix, ich... Ich bin deine Mutter. Ich bin deine Mutter. Ja. Ich bin deine Mutter. Ich bin dein dein Gott. Forbidden love Go straight to your heart In your soul Losing control Forbidden love Go straight to your heart Ja, dann? Wenn ich geahnt hätte, dass du mit willst, dann hätte ich Isabelle nicht gefragt Das macht doch nichts Aber jetzt bist du völlig umsonst gekommen Das tut mir leid Vielleicht können wir zu dritt was unternehmen Ich muss nicht unbedingt auf diese Moden schauen Ich auch nicht Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag Viel Spaß Ich verstehe nicht Ich wollte es dir schon längst sagen Aber ich habe es einfach nicht geschafft Sie wollen dich doch bloß auf den Arm nehmen, oder? Nein, nein Es ist wirklich wahr Ich bin deine Mutter Als ich damals gegangen bin Du warst ja fast nach einem Baby Viel zu klein, um dich an mich zu erinnern Das kann doch nicht wahr sein Und sie streist ab 14 Uhr für Herrn Professor Mühlenthal nebst Gattin Resoniert Ah ja, sehr schön Aperitif geht wie immer aufs Haus Ah, Lukas, guten Tag, wie geht es Ihnen? Das fragen Sie bei so einem Anblick? Sie sehen hinreißend aus, wie immer Vielen Dank Aber Ihr anonymer Rosenkavalier scheint derselben an sich zu sein So, wie er sich für Sie ins Zeug legt Ja, ich könnte mich direkt daran gewöhnen Jeden Tag so einen herrlichen Strauß zu bekommen Und Sie tappen immer noch im Dunkeln? Keinerlei Anhaltspunkte, um wen es sich handeln könnte? Nein, außer, dass der Herr über einigen Geschmack verfügt Und offenbar nicht ganz mittellos ist Hm, spannende Geschichte Tja Was darf ich Ihnen anbieten? Wie wäre es mit Ihrer Gesellschaft? Ich bin heute Abend zu einer Vernissage eingeladen Aha Mediterrane Motive Würden Sie mir die Freude erweisen, mich zu begleiten? Das würde ich sehr gerne, Lukas Aber heute werden meine neuen Möbel geliefert Ach Das heißt, Ihre Wohnung ist wieder bezugsfertig Na, Gott sei Dank Wenn ich daran denke, wie es danach dem Rohrbruch aussah Ja, das freut mich natürlich für Sie Obwohl ich Ihr fachliches Urteil vermissen werde Na, Sie werden sich auch ohne mich amüsieren Das sagen Sie so leicht Vielleicht ein andermal Frau Schneider? Entschuldigen Sie bitte Ja, sicher Marie und du Als wir damals in Hamburg waren Ich... 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 Ich glaube das einfach nicht Aber dass wir uns hier begegnet sind, das Das kann doch kein Zufall sein, oder? Ich habe doch gar nicht gewusst, dass sie inzwischen hier lebt Ich bin nur gekommen, um den Verkauf der Studios abzuwickeln Bis ich Dir begegnet bin Bis ich Deine Bewerbung in der Hand hielt Mit Deinem richtigen Namen Aber wieso? Wenn Du wusstest, dass Du meine Mutter bist, warum hast Du mir... Für mich ist das alles auch nicht gleich, glaub mir Offengesagt Ich hatte Angst, es Dir zu sagen Du hast mir doch erst vor kurzem erzählt, was Du von Deiner wirklichen Mutter hältst Dass Du nichts von ihr wissen willst Und Marie... Was ist mit Marie? Marie hat mich schon immer offen abgelehnt Ich weiß, Ihr glaubt, ich hätte Euch im Stich gelassen Aber das stimmt nicht Das kann jetzt keine Rechtfertigung sein, aber... Vielleicht verstehst Du mich trotzdem Felix, ich kann nicht alles rückgängig machen, was ich damals versäumt habe Aber... Lass es mich wenigstens versuchen Wie denn nach all den Jahren? Indem ich nicht nach Los Angeles zurückgehe Ich möchte für Dich da sein Lass mich Warte Ihr Flieger wartet nicht Sie haben es denn gesagt? Ja, verstehe Auf Wiederhören Siehe schon, voller Erfolg, ja? Sie hatten schon genügend Teilhaber Und ich würde nicht ins Profil der Kanzlei passen Die wissen gar nicht, was Ihnen entgeht Idiotenverein Hallo? Fick dich nicht auf, Du hast doch wirklich keinen Grund, Dich zu beschweren In letzter Zeit läuft alles nach Plan Bei deinen bescheidenen Ansprüchen vielleicht Wieso? Wir haben eine Menge Kohle für den Überfall kassiert Marc geht nach falschen Pferdenach Und bei Charlie Stehst du schon seit Monaten kurz vor dem Ziel Warum sagst du ihr nicht endlich, dass du der edle Rosenspender bist? Ja, Du bist gut Ich versuche ja ständig eine passende Gelegenheit zu arrangieren Aber die Lady ist da Dauer beschäftigt Und wenn sie schon mal Zeit hat, dann nervt mich dieser dämliche Neffe Wo ihn extra hier wohnen lässt, um bei ihr zu punkten Was bleibt mit ein anderes übrig, um an sie reinzukommen? Kein Das schaffe ich nie Hast du ein Date? Ja, mit meiner Tante Meine Schichten Schneiders fangen gleich an, das habe ich total verblendet Mhm Wollt du ihn doch schnell hin? Würdest du das machen? Ja, wie könnte ich denn Dir diesen Gefallen abschlagen? Das wäre super lieb von dir Ja, danke, das war super lieb von dir Cecil Wow So wie du aussiehst, müssen dir die Männer der ganzen Stadt zu Füßen liegen Naja Ich bin mir sicher Möchtest du auch was Erfrischendes? Ja Angelo, machen sie uns was? Natürlich Was ist los? Hast du Ärger mit Henning? Nicht wirklich Aber? Er hat mich gefragt, ob wir zusammen zu einer Modenschau gehen Ja, und jetzt geht er plötzlich mit Isabelle hin Ach, das passt gar nicht zu Henning Normalerweise hält er seine Verabredungen ein Naja, wir hatten das nicht fest abgemacht, aber... Ja, aber hat die jetzt verabredet oder nicht? Ich wusste gestern noch nicht, ob ich es wirklich schaffe Ah, ich glaube, ich verstehe So, Vitamine Dankeschön Danke Aber wenn ihm wirklich was daran gelegen hätte, dass ich mit ihm dorthin gehe, dann... Wenn ich so argumentiere wie du jetzt, Cecil Kann es sein, dass du ein bisschen eifersüchtig bist? Ach nein Also zu deiner Beruhigung, Isabelle und Henning sind nur gute Freunde Ich weiß Warum spielst du dann die Gekränkte? Immerhin warst du es, die keine feste Beziehung wollte Und jetzt wunderst du dich, dass Henning sich an deine Spielregeln hält Nein, ich möchte die Flüge stornieren Ja, ich weiß, dass es kurzfristig ist Gut, haben sie vielen Dank So, das wäre erledigt Hm, danke Soll ich gleich mal im Hotel anrufen und fragen, ob die Suite noch frei ist? Was? Ja, ja. Tun Sie das Und falls sie schon wieder belegt ist? Ja, dann buchen sie eben woanders Entschuldigen Sie Aber ich habe im Moment wirklich nicht den Kopf für sowas Es war doch zu erwarten, dass Felix Ihnen nicht gleich um den Hals fällt Oder tut es Ihnen jetzt leid, dass Sie ihm doch die Wahrheit gesagt haben? Hm, hm Ich hatte es ja gar nicht vor Aber als ich ihn zum Abschied umarmt habe Oh, ich hätte ihm hinterherfahren sollen. Ich hätte ihn nicht allein lassen sollen Er muss die Neuigkeit erstmal verdauen Das kann er nur ohne sie Irgendwann wäre die Wahrheit ohnehin ans Licht gekommen Und besser jetzt als später Das wird sich zeigen Was, wenn er mich jetzt wirklich verachtet und nichts mehr mit mir zu tun haben will? Felix mag und respektiert sie Das hat er Ihnen selbst gesagt Tja, als Filmproduzentin, nicht als Mutter Warum sehen Sie plötzlich alles so schwarz? Das ist doch sonst nicht Ihre Art Weil ich Angst habe Entsetzliche Angst Also über die Sache mit Henning denkst du einfach noch mal nach Vielleicht sagst du ihm, was du denkst Fühlst du dich auf jeden Fall besser? Schon möglich Danke fürs Zuhören Hi Morgen Guten Morgen Danke, dass du mich hergefahren hast Ich hätte das sonst nie für dich geschafft Ist ja gerne schön Ach, Sie haben ihn hergefahren? Das ist aber sehr nett Darf ich mich mit einem Cappuccino-Revangie? Ja, gerne Genau, das wollte ich dir auch gerade vorschlagen Wie du siehst, bin ich dir zuvor gekommen, Schätzchen Machst du uns bitte zwei Cappuccini? Klar doch, Tantje Das ist wirklich sehr nett Er ist zwar ein lieber Kerl, aber mit der Pünktlichkeit nimmt er es manchmal nicht so genau Ich wusste ja, dass Sie noch einen Termin haben Und wenn ich Ihnen dann Gefallen tun kann Wenn nur alle Menschen so aufmerksam wären Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie ihn bei sich aufgenommen haben Ach, das ist doch das Mindeste, was ich tun konnte Die Trennung war ja für ihn kein leichter Schritt Ja, und ich sehe auch keine Chance, dass die beiden noch mal zusammenkommen So Okay Musst du nicht langsam los? Ich denke, deine Möbel kommen Ja, so ist es Und wenn alles fertig ist, dann wohnst du bei mir Das hat ja keine Eile, er kann gerne noch eine Weile bei mir bleiben Nein, nein, vielen Dank Es ist mir auch lieber, wenn Oliver zu mir zieht Du hast keinen Bock allein in deiner schön renovierten Wohnung rumzuhegen, stimmt's? Du hast nicht durchschaut Vielleicht gibt sich Ihr Rosenkavalier ja mal zu erkennen Dann könnten Sie den einladen Nein, das habe ich mittlerweile aufgegeben Ja, es soll ja auch Männer geben, die irre angebetete Jahre lang nur aus der Ferne umschwärmen Ich zieh mich erst mal um Jemand, der mir ab und zu eine Rose persönlich überreicht, wäre mir da schon lieber Hier, also am schönsten fand ich eigentlich diese knielangen Röcke aus Napa, die da mit den Stiefeletten gezogen hat Oder auch diese türkis-braun karierten Anzüge mit den rosa-farbenen Springerstiefeln, hey! Oh, entschuldige, ich war gerade in Gedanken Das hast du vorhin doch auch schon Ja, mir geht es ihr Ziel nicht aus dem Kopf Irgendwie wirkte sie vorhin so enttäuscht Brauchst du es jetzt doch, dass du nicht sie mitgenommen hast? Nein, natürlich nicht Aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen Naja, aber so sicher war sie doch auch nicht, ob sie überhaupt mitkommen wollte Ja, trotzdem Dann machst du mir bitte zwei Elle Grey? Ja, klar Also, das, was du mir so von Cecile erzählst, das wirkt auf mich fast ein bisschen, als ob sie eifersüchtig wäre Ja, eben, dabei hat sie überhaupt keinen Grund Sie war diejenige, die immer eine lockere Beziehung wollte Aha Immer dann, wenn Frauen besonders unverbindlich tun, dann kannst du davon ausgehen, dass es jetzt ziemlich ernst ist Ach Hm Du als Frau musstest ja wissen Ja, klar Und was soll mir das jetzt sagen? Glaubst du, ich verrate dir alle unsere Geheimnisse? Was war denn an der Kamera so interessant? Ähm, damit haben die 1978 bis morgen in einer besseren Welt gedreht Kennen sie den? Sind sie Science-Fiction-Fan? Sehen sie sich deswegen die Studios an? Ich will Regisseur werden Ja, und dieses Studio, das ist einfach Weltklasse Sie haben Mut Gegen den Willen ihres Vaters, den eigenen Weg zu suchen Olmedia kommt auch gut ohne mich, klar Das sagt auch meine Mutter Ihre Mutter? Ja Naja, sie arbeitet auch im Konzern Entschuldigen Sie, aber Sie haben mir noch gar keine Antwort gegeben Antwort? Ihr Angebot Ihr Angebot Ob ich nach L.A. kommen darf Achso Das steht Du tust, was ich dir sage Hey, das ist eine einmalige Chance Wie stehe ich denn jetzt da? Was soll ich hier sagen? Gar nichts Ich möchte nicht, dass du sie wieder siehst Wie bitte? Du hast mich schon richtig verstanden Ich verbiete dir den Umgang mit dieser Frau Was hast du eigentlich für ein Problem mit Frau Jones? Komm rein, mein Schatz Du holst hier den Tod Hm So, Vorsicht Sie wissen ja, wo alles hinkommt, ja? Und bitte wirklich sehr vorsichtig, das sind kostbare Stücke Etwas mehr Fingerspitzengefühl, die Herren Guten Tag Frau Schneider Was machen Sie denn hier? Ich hatte einen Termin in der Nähe Na, so ein Zufall Zufall oder Fügung Hier wohnen Sie also? Ja? Nette Gegend Entschuldigen Sie aber, Sie sehen ja, ich habe alle Hände voll zu tun Soll ich Frau Schneider? Ja Vorsicht, Vorsicht! Gib mir sie mal, Lia Danke Schönen Tag noch Woher hat der Bursch eigentlich Ihre Privatadresse? Ja, das wüsste ich eigentlich auch gerne Ist ja interessant, hier steckt sogar eine Karte drin Ja, zeigen Sie mal Was schreibt er denn? Ich will mich in einer halben Stunde treffen Im La Mesa Perfektes Timing, gehen Sie hin? Jetzt? Wohl kaum Aber sind Sie denn gar nicht neugierig? Auf diese Gelegenheit warten Sie schon seit Wochen Ja, aber ich kann doch jetzt unmöglich hier weg Wieso denn nicht? Sie haben doch hier alles perfekt organisiert Und wenn Sie wollen, werfe ich ein Auge auf die Möbelpacker Während Sie Ihre Wohnung einräumen, Vorsicht Na ja, wenn Ihnen das nichts ausmachen würde Sie können sich doch eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen Hm Danke Danke, dass du mich gleich angerufen hast Ohne meinen Planer wäre ich völlig aufgeschmissen Oh, Entschuldigung Kein Problem Hallo Henning, hallo Ich dachte, ich schau mal kurz vorbei Ich hab Besuch Oh, hi Tom Hallo Henning Ja, möchtest du einen Tee mit uns trinken? Ähm, nee, danke Hast du nachher schon was vor? Wieso? Ich dachte, wir könnten vielleicht was zusammen unternehmen Vielleicht, wir können ja noch mal telefonieren Okay Sag mal, du hast doch was, stimmt's? Nein Wieso? Das mit nachher ist gar keine schlechte Idee Ich schau mal, ob ich Zeit hab, ja? Na gut Ich freu mich drauf Tut mir leid, dass du so lange warten musstest Jetzt weiß ich wenigstens, wer der Glückliche ist Dankeschön Gerne Darf ich Sie zum Tisch geleiten? Ja, sehr gern Vielen Dank Sagen Sie, der Herr, der den Tisch reserviert hat, ist noch nicht da? Nein, ich bitte auch Oh, damit würde ich gerne noch ein wenig behaupten Wie Sie mal? Der Herr wird sicherlich gleich eintreffen Zugleich verspreche ich Ihnen die nächste Hose schon sehr bald persönlich zu überreichen Oh, verzeihen Sie, Sie wissen nicht zufällig, wer die Reservierung gemacht hat? Tut mir leid, nein Gern Soll ich denn für Ihren Sohn auch noch ein Gedecker pflegen? Ja, tun Sie das. Danke, Christiane Gern Jetzt, wo Silvia weg ist, werden wir Felix hoffentlich wieder öfter zu Gesicht bekommen Bestimmt Ihre Abreise scheint ihm ja ziemlich zu schaffen zu machen Ja, weil sie einen Flaus in den Kopf gesetzt hat und seinen Filmereitig auch noch unterstützt hat Das kann doch auch nicht in deinem Sinne sein Nein, nein, ich bin ja auch froh, dass sie wieder abgereist ist Die ganze Situation war mir unheimlich Ich weiß, Felix ist für dich immer wie ein eigener Sohn gewesen Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr darüber nachgedacht, dass er gar nicht mein Kind ist Das tut doch Felix auch nicht Ich habe allein die Vorstellung, dass sie plötzlich hier auftaucht und seine Mutter sein will Umso besser, dass wir Felix und Marie nicht die Wahrheit gesagt haben Es hätte beide nur unnötig aufgewühlt Wahrscheinlich Ganz sicher Es ist für alle das Beste, wenn sich diese Frau nicht weiter in unser Leben einmischt Ich mag Henning, aber es ist nichts Ernstes Was schaust du mich so an? Was ist gegen eine Affäre einzuwenden? Im Grunde nichts, aber für mich sah das nach mehr aus als bloß meine Affäre Ich kann ihn verstehen, dass du aufgrund deiner Krankheit keine großartigen Zukunftspläne schmieden möchtest Aber? Seine wahren Gefühle zu unterdrücken Das tue ich doch gar nicht Ich genieße die Zeit mit Henning, gerade weil ich ihm zu nichts verpflichtet bin Bist du sicher? Es hat doch keinen Sinn, sich was vorzumachen Am Ende schadest du nur dir selber Aber was soll ich denn tun? Soll ich zu Henning gehen und sagen Was du für ihn empfindest? Ja klar, wenn es so ist Und wenn er von meiner Krankheit erfährt und dann aus Mitleid bei mir bleibt? So ein Typ ist Henning nicht Der beste Weg einer Versuchung zu widerstehen, ist ihr nachzugeben Oscar Wilde, sag Henning, was du für ihn empfindest Nein, auf keinen Fall. Ich kann keine ernsthafte Beziehung eingehen Und er hat sich nicht gemeldet? Nein Das begreife ich nicht. Ich sitze jetzt schon seit einer geschlagenen Stunde hier Ist das Essen wenigstens gut? Ach, Oliver, es reicht, wenn sich dieser Herrscherzer auf meine Kosten erlaubt Das könnte er doch wirklich billiger haben Da hast du allerdings recht Wahrscheinlich hat der Typ einen Rückzieher gemacht, weil er total verklemmt ist, einbeinig und lissebald Ja, mach mir nur weiter Mut Ja, Charlie, es ist doch wirklich komisch, dass er sich nie persönlich zeigt, wenn er angeblich so auf dich steht Naja, bei meinem Glück mit Männern... ich rate doch immer an die Falschen Hallo Ist mein Vater da? Ihre Eltern sind beide im Salon Felix! Schön, dass du da bist, dann können wir ja gleich essen Hab dir mal kurz Zeit? Es ist wichtig Was gibt es denn? Es geht um Frau Jones Hast du sie noch zum Flughafen gebracht? So weit sind wir gar nicht gekommen Wieso denn? Sie hat gesagt, sie sei meine Mutter Ich glaub das einfach nicht Felix, wir... Ich hab das die ganze Zeit gewusst Ich hab das die ganze Zeit gewusst Ich hab das die ganze Zeit gewusst Lukas? Hallo? Ist da jemand? Liebe Charlie Lukas, Sie haben mich aber erschreckt Was soll denn das? Ich hoffe, ich bin Ihnen nicht zu nahe getreten mit meinen Blumen Aber ich konnte nicht anders Ich habe mich in Sie verliebt Bis zum nächsten Mal Ich darf das nicht Ich darf das nicht Untertitelung des ZDF, 2020